Hallo, willkommen zu den UKOS Videoanleitungen. Jetzt zeige ich dir in kurzen Schritten, wie du das Modul des Forums aktivierst. Gehe links im Verwaltungspanel bei dem Menü zu den inaktiven Modulen. Gehe jetzt einfach zu dem Modul des Forums und klick auf Modul aktivieren. Und das war's auch schon. Zu dem Forum gelangst du jetzt über den Namen deiner Webseite slash forum. Für mehr solche Videos besuch uns doch auf video.ukos.de